weiter geht es heute mit dem nächsten ding und zwar die juna das nächste große event mit sechs regeln habe ich ins richtig sehr long track lösung check 2 ach gut bitte nicht also das ist ein sprint alles gut ich habe nichts gesagt nichts rennen heute an diesem motor so so viel zum thema es ist ein scheiß sprint das ist kein sprint das ist wieder so kack da wie wir das durchmachen ist auch noch mit aus das sind wieder so dinge wo ich mir denke also werde ich jetzt programmiert vor allem 52 sekunden für viel für die vier kontrollpunkte der eine derzeit richtig rausgeholt schossen nein nein der ist daneben und ich muss wieder die strecke in straße für mich da rein muss hier muss ich rein ja das ist die scheiße so nur abgeschlossen die nicht mehr auf gold oder sonst irgendwas das ist ja schon wieder los von vorne ist das leute sollten solche dinge eine die kern fiber rang deine die sie der sie 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 Das war's für heute. Also freut mir was nicht hin, aber auf Silber. Nein, das ist irgendwie das Minimum. So. Nächster Rennen. Wir haben schon wieder 7000. Können wir in die Werkstatt gehen eigentlich? Mal Leistung reinbauen. Nein, wir wollen mal neuer Motor vor allen Dingen mal rein. Kommen wir mal rein. So. So. Ich bin jetzt hier nix. Treibstimmung, Kuh. Reifen. Ich will gerne mal Felgen, genau. Der kostet heute so viel, ne? Na gut. Joy White. Ach Gott, wir haben so ein Zerstörungs-Thing. Die fallen jetzt aber direkt alle hintereinander. Die fallen aber gerade alle hintereinander runter. 24.500 Punkte, wo soll ich denn die herholen? Das war nicht zerstörbar. Das war mein Auto. Ich will ja. Dann. Undporne. das ist wieder so ein ding durch die strecke nicht für sie nochmal kommen zu schaffen seien solche dinge eine minute bestimmt da hinten rum dann am ende da verliert die strecke na ist egal scheiß drauf haben wir es verloren 12.000 punkte komm ich bin die punkte scheiß drauf ich klär mich da hat sich 20 mal durch so so nächste rennen mal wieder ein rumkurs rennen mal ein bisschen abwechslung rennen für eine minute drei rücken so also wir sind schon in der zweiten runde gut können jetzt nicht besonders lang so das war irgendwo klar hat er doch gewonnen nächste liebeslanges projekt wird er sowieso nicht werden so was hat man denn auf noch drei rennen na gut das kann man dann sind wir durch das soll man schon an allen vorbeidrücken da haben wir nur auf drei runden ich habe mir fast klar das ist schön vorsprung und dann knallt sich da weg einfach so eine minute pro runde ja wir wollen jetzt mal gucken ob wir vielleicht noch einen garage platz kaufen und ein neues auto kaufen das auto sieht aus ist ok warte funktioniert doch wieder warte wer hat das denn hier hingebaut ey jetzt bleibst du noch ein bisschen liegen dann sind die anderen noch vorbei ok obwohl bei dem vorsprung geht es sind 70 Sekunden freuen sich da wahrscheinlich auch alle doch klar clear one funktioniert Auto läuft wieder so und ein neues cool mitglied so und ein neues cool mitglied so weiter geht es mit dem nächsten rennen time trial und dann haben wir noch ein boss phase und dann sind wir durch so 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 16 Kontrollpunkte so 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 Oh, okay. Boah, wir sind schon durch. Geh noch das Passways, dann haben wir's. So. Das letzte Rennen. Ich glaube, ich kann das Passways nicht fahren. Och, nö, ne? Ich glaube, ich muss jetzt alle auf Gold fahren. Äh, jetzt ist doch scheiße so. Ich dachte, ich hätte auch das eine Rennen gehabt. Ich glaube, ich habe das eine Rennen gehabt. Ich möchte ein Auto da retten. Abgeschlossen. Ja, 13.000 Punkte. Ich brauche aber 19.000 irgendwas. Kann ich jetzt das Rennen fahren? Oder sagt er mir, nö, isst nicht, du nicht. Nein, das kann ich nicht fahren. Scheiße, ich kriege das nicht hin. Ich bin wieder Lappers vielleicht, oder was? Oder muss ich das eine Ding jetzt noch fahren? Ach so, zum Kotzen, wenn ich jetzt ewig noch da dran sitze, dass ich nicht weiterkomme. Ich will das Ding noch nicht fahren. Ja, ich will das Ding, dass ich da nicht rein darf. Aber jetzt warten wir noch 10 Sekunden in der Wand. Na, ist egal. Das Thema ist Kissen. Das Gelenhof, abgeschlossen. Dankeschön. Scheißteile, Alter. 14 Sekunden, ja, wir waren nicht mal 20, aber es ist halt 14 Sekunden da gut, oder? Ich glaube, bloß, dass ich das darf. Es geht nicht, ey. Ich glaube, ich glaube, das heißt, Boss will jetzt nicht fahren, ey. Weil der Mann sagt, nö, du musst jetzt mal alles auf Gold fahren. Ich will das sein. Ich glaube, es ist ein интересer. Ich will das, wie ich das darf. Und, ja, ich will das. Ich will das nicht, wenn ich das nicht wachle, wenn du das nichtются wachle, die ich nicht Products mache. Ich will das nicht wahrnehmen, ich will das nicht. Ich will das nicht. Und das muss ich mir jetzt sagen. Das ist ja sehr, 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 sehr ... Oh mein Gott, geh doch, stell die doch richtig, ey. Das kann ich eh nicht mehr schaffen, das Ding. Jetzt will ich mich auf Gold. So war es einfach nur. Ja, ich häng da fest, mein Gott, die Zeit läuft ab, aber ich häng mir dieser scheiß Verlapp selber weg da. Oh, jetzt ist es zu kotzen gerade. Ja, verkackt. Nochmal, komm. Ich will jetzt scheiß Gott, muss doch nur fahren. Das ist gesperrt, das darf ich nicht fahren. Ich bin bewusst fahr ich jetzt ein bisschen außen, weil... Mit außen hat er sich jetzt... Komm, jetzt holen wir es auf Gold. 48, 49, jawoll. So, Hammer. Darf ich jetzt fahren, oder darf ich es immer noch nicht fahren? Das ist bloß das... Ich scheitere jetzt an dem einen Ding, ne? Na, ich scheitere wirklich an diesem einen Rennen noch. Uff, soll bloß ich ein bisschen auf Gold fahren, oder was? Und dann geht das jetzt mit der nächsten Stufe. Okay. 19,5. Ich frage es wie. Ich frage es wie. Ja, ist vorbei. Boah, das ist... Ja, weil dann immer eine Scheiß Spur verlief. Okay, alles ruhig. Weil dann immer die Spur weggeht. Darf ich es mal neu machen. Schön gestartet, aber wenn man verliert, wird die Spur. Nö, ist nicht. Na komm, ruhig bleiben. Ich hoffe, dass das Postrad nach der Stufe freigeschaltet ist. Das wäre super. Das wäre super. Mittlerweile wird die Spur. Das wäre super. Wer gewartet? Tja, werne. Meise Kamau? Oh, du bist einig. Oh, am Rennen. Die Spur zu sein. Oh, nein. Oh, das wäre super. Oh, meine Damen angeh, was ich so gut fühlt. das ist nicht wahr nein das sind 200 punkte ich hätte das ding gehabt es 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 Oh mein Gott, mach doch schneller. Ja, rutscht noch ein paar Minuten rum, ey. Ich bin in meinem Scheiß rumgerutsche, ey. Kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Ich will das Ding doch nur fahren. Wieso werden wir es nicht verlassen? Ist das nicht alles von mir? Ich will das Ding doch nicht. Ich glaube, dass ich mich da reindrücken muss. Ach so, ich kann nicht. So, kann ich jetzt das Bossrennen fahren oder ist das immer noch gesperrt? Aber ich meine nicht. Jetzt sofort fahren, Gott sei Dank. Jetzt rennen, komm. Alles gut. Das war der Frühstarkollege. Tschüss. So. 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 und so. So.